Perfekt. Willkommen zum 53. Video in Folge. Tim ist immer noch so eine Art dabei. Jan, das kleine Kind, hat gerade meinen Bann von 10 Stunden auf eine Woche verlängert. Man merkt schon, wie er sich an sowas... Okay, das war bitter für den Gegner jetzt. Man merkt halt einfach, wie sich dieses Kind daran aufgeilen muss, Leute zu bannen und seine Rechte zu missbrauchen. Ganz ehrlich, sollte man halt echt die Rechte wegnehmen auf dem Server. Perfekt, du blockst mit deinem verfickten Schwert, bist du behindert, so fightet man in 101. Ich block auch immer mit meinem Schwert. Das ist genauso wie Rest und seine Montagen, wenn er irgendwas labert und Gameplay aus dem Stream einblendet. Das ist... Ähm, ja... Ähm, absolut gar kein Wort verstanden, was du gerade gesagt hast, weil dein Netz ist, glaube ich, ausgesprochen gut, weil... Oh, ich sehe gerade gar nicht, wie man ernst ist. Junge, du läufst gerade allen Ernstes vor mir weg. Das ist viel für einen Mongo. Junge, ich spiele gerade auch wie ein Epileptiker in Bad Wurst. Wow! So, das wird jetzt der letzte Fight auch wieder. Vorproduktion, kann man sich drüber streiten, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich heute noch habe. Aber theoretisch, wie viele Videos habe ich jetzt schon, Tim? Drei, vier? Kann ich in jedem Fall mit Leben... Ich glaube, Tim ist gerade weg. Tim? Ja, Tim ist weg. Das ist auch immer sehr entspannt. Endlich ist er einmal nicht da. Oder, Tim? Jetzt ist Tim wieder da. Mongo. Alter Junge. Der leckt und er Rotspammt. Ich bin... Ich verliere den Fight. Nice. Gegen Laker und Rotspammer. Danke, wenn es euch gefallen hat. Ich hole drüber 3000 Likes, 3000 Kommis, 3500 Abos und... Drei Milliarden Dislikes bitte. Danke, Freund. Tschau!